Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir etwas spezielleres, nämlich das hier. Eine Synchro-Met 2 programmierbare Pumpe von Metronik. Aber was ist das jetzt? Ja, das ist eine implantierbare Pumpe. Ja, sieht vielleicht ein bisschen aus wie eine Herzschrittmacher, aber die sind inzwischen ja doch deutlich kleiner. Das ist das Modell 8637-20. Die 20 sind 20ml Inhalt, die gibt es auch noch für 40, die sind fast doch mal doppelt so dick. Also es ist schon ein ganz schöner Brummer, der da in den Bauchraum implantiert wird. Und das wiegt jetzt auch schon die 150g. Aber keine Angst, die vermisst jetzt keiner. Die habe ich einen unfassbaren Preis von einem Euro ergattert. Stammt aus dem Krankenhausfundus. Aber ob die mal implantiert war, weiß ich nicht. Benutzt ist sie auf jeden Fall. Das kann man sehen. Aber was ich noch sagen möchte, man muss immer sehr aufpassen mit irgendwas, das mit Körperflüssigkeiten in Verbindung gekommen ist. Aber auch hier zum Beispiel Medikamente, die hier eventuell noch drin verbleiben. Das ist nicht ganz ungefährlich. Da muss man auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Also medizinisch habe ich davon relativ wenig Ahnung, aber technisch können wir uns ein bisschen was anschauen. Ist ganz interessant, für was das alles so verwendet wird. Hauptsächlich zum Beispiel für sowas wie Insulin. Aber ich habe auch andere Anwendungen gesehen für Bluthochdruck und so weiter, was halt dann direkt im Körper verabreicht wird. Da hat man hier den Anschluss für den Katheter, der dann dementsprechend zum Spinalkanal und in die Arterie geht. Und hier haben wir noch zwei andere Ports. Hier oben, da kann man direkt in diesen Katheter über eine Spritze was injizieren. Und ihr seht ja, das hat ja hier ein Volumen drin. Wenn man sowas wie Insulin hat, das hält natürlich nicht ewig. Das muss man irgendwann auffüllen. Und das ist natürlich vorne der Fall. Wenn ihr da mal genau hinschaut, da seht ihr hier so ein bisschen Silikon, sage ich mal, was wieder selbst verschließend ist. Und dann wird man hier mit einer Spritze dort hineinstechen und dann dementsprechend Medikament wieder nachfüllen. Man sieht auch, man hat nicht ab und zu so gut getroffen, also muss man überlegen. Aber ja, wie kommt man da jetzt dran, wenn das im Bauchraum ist? Ja, man muss dann durch den Bauch hindurch hier hineinstechen. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Es ist auch nicht so ganz optimal irgendwie, aber es ist schon eine interessante Lösung. Wie auch typisch, wenn wir uns das anschauen, Gehäuse relativ dünn teilweise. Hier aus Titan gefertigt. Ja, das ist sehr häufig für solche implantierbaren Geräte, weil es relativ inert im Körper sich verhält. Und diese Oberflächenbearbeitung, seht ihr hier, die ist so ein bisschen gestrahlt. Da gibt es auch verschiedenste Techniken, je nachdem, was man erreichen möchte. Und es ist auch eine eigene Wissenschaft für sich, wie man diese Oberflächen behandelt, damit die eben gut vom Körper vertragen werden, je nachdem, was man da mit erreichen möchte. Und hier sehen wir auch die Laschen, wo das hier noch befestigt werden kann. Was auch interessant ist, schaut mal hier diese Beschriftung an. Die ist mit dem Laser gemacht worden, aber es ist ja nicht wirklich eingraviert. Seht ihr diesen schönen blauen Schimmer? Das entsteht durch Bildung von Oxidschichten. Das kann man entweder durch Anodisieren oder durch Erhitzen erreichen. Und das kennt ihr auch von Titanschrauben. Die kann man ein bisschen schön blau, sage ich mal, anlassen. Das geht durch Anodisieren oder durch Hitze. Das kennt ihr auch von den Anlauffarben von Stahl. Also ganz interessant ist natürlich eine super Beschriftung. Ja, die geht eigentlich effektiv kaum weg. Und erzeugt eigentlich kaum noch eine zusätzliche Veränderung der Oberfläche. Wir sehen auch ein paar Schweißpunkte hier. Vermutlich alles lasergeschweißt hier oben auch. Also doch relativ aufwendig. Und hier einmal ringsherum. Wir haben hinten die Kammer, wo man ein bisschen ein Luftvolumen drin hat. Als Gasreservoir wird das bezeichnet. Und dann gibt es hier vorne auch nochmal eine Schweißnaht direkt. Also es wird mal interessant, ob wir das irgendwie gescheit aufbekommen. Das wird auf jeden Fall nicht so ganz einfach. Und sonst ist es doch relativ robust, würde ich mal sagen. Probieren wir noch ein kleines Experiment. Ich habe hier ein kleines Stück Titanblech. Und da lassen wir jetzt ein paar Amperen durch und schauen wir mal, welche Farben wir so produzieren können. Also dann drehe ich mal langsam auf. Jetzt müsste ich es langsam erwärmen. Da haben wir schon 5 Ampere. Jetzt. Ich hebe es mal ein bisschen anders hin. Da könnt ihr es schön sehen. Wird erst so ein bisschen braun, gold, gelb. Und jetzt wenn ich weitergehe, gehen wir ins violette. Wird immer heißer. Schauen wir mal ein wenig. Da kommt langsam das Blau durch. Seht ihr es? Ich halte den jetzt einfach mal gleich kurz an. Das reicht. So, jetzt ist der Strom wieder aus. Jetzt hoffentlich kann man das erkennen. Jetzt haben wir hier so eine schöne blaue Farbe. Können wir noch ein bisschen weiter gehen. Drehen wir mal richtig auf. So. Jetzt hat es sogar richtig geglüht. Und jetzt haben wir da unten auch unseren, naja, Pseudorigenbogen. An Anlauffarben. Natürlich konnte es nicht lassen, das etwas zu sondieren, um mal so einen Blick hineinzuwerfen. Da können wir schon ein paar interessante Sachen sehen. Wir sehen hier auf jeden Fall mal die große Batterie. Hier sehen wir so ein bisschen den Motor, wie man es auch aus Uhren kennt. Ein bisschen Getriebe. Und hier die peristaltische Pumpe, die dann dementsprechend hier so einen Schlauch haben wird. Und die dann das Medikament dementsprechend hier in definierten Voluminas dann eben herausdrücken kann. Wir sehen auch hier sogar fast, das sind vermutlich Kugellager. Man kann so ein paar Kügelchen hier so erinnern. Wir werden mal gucken, ob man das gut auseinanderbauen kann. Hier unten haben wir dann ein bisschen Elektronik. Wir kennen natürlich sofort die Tantal-Kondensatoren. Die haben dann hier dementsprechend Anode und Kathode. Das ist ein kleinerer. Auch ganz interessant, hier haben die so ein Indikator drin, dass wenn man ein Röntgenbild davon macht, auch genau sehen kann, wie das Ding hier liegt und von wem es ist und was für ein Modell das auch ein bisschen ist. Und auch ganz interessant ist hier, ein kleiner Uhrenquarz, wo ich auch weiß, dass es auf jeden Fall Uhrenquarz ist. Nämlich das Ding hat einen kleinen Piezo drin, den sehen wir hier. Und das hat einen Alarm, der exakt alle 20 Minuten und bei mir schon seit ein paar Monaten Alarm von sich gibt. Ich kann es mal kurz hier einspielen. Also die Batterie ist auf jeden Fall noch einigermaßen vorhanden und die Uhr läuft auch sehr, sehr exakt. Zumindest bis auf die Minute habe ich es mal angeschaut. Gut, dann werde ich mal probieren, ob ich hier den oberen Deckel lösen kann. Keine Ahnung, wie schwierig das wird mit dem Titan und so weiter. Dann werde ich das mal probieren. Sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich das hier mal eröffnet. Ich habe das nicht das richtige Werkzeug für. Das müsste aber so funktionieren. Macht auf jeden Fall schöne Funken, so Titan. Also, probieren wir das doch mal. Können wir da gerade mal mitschauen. Also, machen wir hier auf. Ich habe es selber nicht reingeschaut. So, ein bisschen Metall hängt noch fest. Das ist aber auch mit Gewalt. Aha, sogar gar nicht so wie die Späne hineingekommen. Sehen hier unten schon ein paar Halbleiter. Wir sehen die Batterie. Das ist wahrscheinlich zur Feuchtigkeit absorbieren. Hier ist auch unser Piezo. Der wurde über diese Feder kontaktiert. Lustigerweise war er sogar noch lauter nach dem Aufsägen als zuvor. Gut, dann gehen wir ein bisschen ran und schauen mal, was wir so erkennen können. Dann schauen wir uns das Ganze etwas näher an. Hier haben wir die Platine. Ihr seht schon, da ist schon einiges drauf. Wenn wir auch anschauen, hier relativ große Halbleiterchips. Das ist natürlich alles Custom. Hier, was an Silizium hier drin ist. Wir sehen ein paar typische Bauteile. Hier, SOT23. Das sind entweder die Ionen oder wahrscheinlich eher Transistoren. Ja, die sparen natürlich dann Platz, wenn man die nicht auf dem Chip auch noch unterkriegen muss. Hier hinten ist auch mal noch ein kleiner hier. Das ist vermutlich für den Piezo. Der wird hier über eine Feder ganz einfach ans Gehäuse kontaktiert. Der ist hier einfach nur in den Deckel mit einem Leitkleber eingeklebt. Mehr ist das nachher nicht. Sonst so super viel Spannendes gibt es natürlich jetzt nicht. Es ist relativ traditionell mit einer Platine-Lötstopp-Maske ausgeführt. Was das hier ist, ist immer noch ein bisschen ungleich. Ich vermute, es ist eine Induktivität. Wenn hier immer noch einen Schaltregler verbaut ist, würde ja auch Sinn machen. Dann hier unten in Weiß unser Quarz, den wir ja schon gesehen haben. Der Uhrenquarz in einem keramischen Gehäuse. Und dann sonst hier auch noch ein paar Keramikkondensatoren ein. Ein einziger kleiner Widerstand ist auch drauf. Also sonst hält sich das wirklich in Grenzen. Die Anschlüsse sind hier nicht gelötet, sondern die sind hier dementsprechend verschweißt worden. Das ist natürlich eine sehr zuverlässige und einfache Verbindungsmöglichkeit hier. Und hier haben wir dann noch unsere Batterie. Das ist sehr wahrscheinlich eine Lithium-Iod-Batterie. Die sind sehr zuverlässig und findet man auch sehr häufig in diesen implantierten Geräten. Ich habe mal die Spannung gemessen. Wir haben noch 2,97 Volt. Klingt ein bisschen hoch für die. So leer ist sie noch gar nicht. Aber natürlich definitiv hier am Ende sind auch Primärzellen. Also da lässt sich auch nichts wieder aufladen. Und dann haben wir hier zwei Anschlüsse. Die gehen hier in einen weiteren hermetisch abgeriegelten Bereich. Ja, da sitzt natürlich unsere Pumpe und der Motor drin. Das heißt, das muss ich jetzt auch noch irgendwie aufkriegen, wenn wir hier mal auch auftrennen. Ob die das jetzt hier bipolar ansteuern oder mit einer Mittelanzapfung könnte auch sein. Dann spart man sich hier wieder ein bisschen Komplexität in der Ansteuerung. Aber wir müssen das eh gleich hier auftrennen, dann können wir das doch mal kurz messen. Sonst weiter nichts. Spannend, das ist hier einfach wirklich nur reingeklebt. Hier unten auch dieser Indikator. Der ist einfach hier auch ein Stück Blech. Ganz einfach. Also den können wir hier einfach rausholen. Sie einfach nur unten festgeklebt. Bei der Batterie auch ähnlich. Also da ist nichts weiter, sonst sich befestigt. Das ist nur eingeklebt. Die Chips lasse ich mal drin, weil ich habe jetzt auch nicht wirklich die Möglichkeiten, das so detailliert anzuschauen und euch zu zeigen. Das können wir uns ja für wann anders aufheben. Da können wir die Chips etwas genauer noch anschauen. Vielleicht verbirgt sich da noch was Interessantes. Aber so lassen wir sie erstmal noch drin. Ich habe jetzt nochmal etwas herumgemessen und ein paar kleine interessante Sachen noch herausgefunden. Also wir haben hier unten diesen 20 Volt Tantal Kondensator. Und das ist so mehr oder minder unsere Stromversorgung hier. Wir haben hier auch noch einen kleinen Keramik. Da haben wir immer so 1,4 Volt. Das ist wahrscheinlich irgendeine Kernspannung, die hier benötigt wird. Wahrscheinlich über einen einfachen LDO hier irgendwo. Und diese Spannung an diesem Kondensator, die geht ab und zu hoch. Ich habe die genau, werde noch nicht messen können, aber auf jeden Fall mal über halb von 6,7 Volt. Und normalerweise fällt das dann langsam wieder ab. Das ist dann einfach hier, was ich mit dem Messinstrument entlade, diesen Kondensator, auf die Batteriespannung. Die liegt auch hier am Piezo an und auch am Motor. Vermutlich brauchen die die erhöhte Spannung dann. Naja, mal schauen. Vielleicht kann ich ja die Spannung hier noch aufzeichnen. Ich habe jetzt mal nochmal gemessen und auch hier die Spannung an dem Punkt abgegriffen. Und man kann sehen, wenn das Gerät aufwacht, geht sie bis auf 6,9 Volt, sagen wir mal. Und was auch auffällt, ist negativ. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das Gehäuse vom Akku ist natürlich die Anode. Das heißt, das ist hier alles invertiert. Das heißt, die ganzen Versorgungsspannungen sind hier negativ. Da habe ich gar nicht vorher drauf geachtet. Ich habe jetzt auch mal den Motor abgehängt. Ja, der ist hier rein isoliert. Das ist eine Wicklung hier. Ca. 500 Ohm Gleichstromwiderstand. Und weiß ich nicht, so um die drei Henry. Da sind sehr viele Windungen drauf. Werden wir nachher auch sehen. Gut, dann probiere ich mal, ob ich das hier auch aufbekomme, dass wir ein bisschen die Mechanik anschauen können. Also, ich habe es aufbekommen. Vom Blech ist leider nicht mehr ganz so viel übrig. Aber das ist auch nicht so wichtig. Interessanter ist dann doch das hier. Wir sehen das große Zahnrad der peristaltischen Pumpe. Hier sehen wir auch unten den Schlauch. Und interessant ist dieses Zahnrad. Ich weiß nicht, was da drauf ist. Sie haben mal ein bisschen rumgekratzt. Ich hoffe und glaube nicht, dass es Korrosion ist. Vielleicht irgendeinen Schmierstoff, den die da aufgetragen haben. Auf jeden Fall sehr, sehr bröckelig. Hier auf dem Zahnrad sieht man auch, dass sie dort was aufgetragen haben. Das ist auch ein bisschen behandelt chemisch. Und hier unten drunter sitzt unser Motor. Da gehen auch diese zwei Leitungen hin. Das ist die Zuleitung aus dem Reservoir von unten. Und hier geht es dann dementsprechend hoch zum Katheter. Ich habe auch schon probiert. Man kann hier das so ein bisschen drehen. Man hört den Motor. Aber interessant, dass es in beide Richtungen geht. Was natürlich interessant ist, dass das Ding nicht auch wieder auszusehen zurückpumpt. Probieren wir mal aus. Was passiert, wenn wir hier mal ein bisschen Wechselspannung anlegen. Ob wir das zum Drehen kriegen. Jetzt habe ich es mal angeschlossen an einfachen Signalgenerator. Und eingestellt habe ich jetzt Sinus 100 Hertz. Und dann schalte ich mal ein. Dann können Sie sehen, wie es sich bewegt. Das jetzt in die Poprichtung. Interessanterweise kann man es auch ab und zu in die andere Richtung anschauen. Stoßen. So, jetzt läuft die Pumpe rückwärts. Ich weiß nicht, ob das so soll. Kann man sich ja auch geschickter ansteuern. Auf jeden Fall sehr interessant. Aber so sehe ich das Pumpe. Jetzt können wir mal rumspielen. Ich hoffe, da kommt jetzt gleich nichts raus. Jetzt gehen wir mal einfach mal langsamer. Das ist jetzt 10 Hertz. Jetzt gehen wir mal auf 1 Kilohertz. Das geht nicht. 100 Hertz. Guck mal, wie schnell es geht. Interessant. Dann, wenn die Frequenz zu hoch ist, kriegt das nicht mehr hin. Also waren die 100 Hertz fast schon optimal. Wäre mal schneller. Das ist jetzt schon zu viel. Ach, interessant. Das sind jetzt 150 Hertz. So, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr Spannung angelegt. Jetzt haben wir 10 Volt. Da läuft es jetzt auch noch mit 200 Hertz. Gucken wir mal, wenn noch etwas rauskommt. Ihr seht ja den Anschluss hier drüben. Ich lasse es jetzt einfach mal kurz ein bisschen pumpen. Aber ich sehe jetzt auch im Schlauch und nichts. Da können wir auch die Kugellager sehen, die hier ab und zu vorbeikommen. Da ist eines. Sie auch alles verpresst und verschweißt. Ihr seht hier, überall schweißen ist es jetzt an den Schrauben hier. Das ist hier auch nochmal eingeschweißt. Und mal gucken, ob ich das überhaupt rausbekomme. Also, da passiert jetzt nichts mehr. Ich habe auch mal eine Aufnahme von der Seite gemacht. Wir sehen, das Reservoir ist eigentlich relativ ausgedehnt. Ob da jetzt noch ein Volumen drin ist, ist jetzt schwer zu sagen. Wie gesagt, ich habe ja keine Historie über das Gerät. Naja, dann probieren wir doch, ob wir das auseinanderbauen können. Ist zwar natürlich schade, wir haben den schönen Mechanismus. Aber ich glaube, das wäre trotzdem interessant, den Motor anzuschauen. Mal gucken, ob ich es rauskriege. Obwohl es als Demo so ja auch echt schick wäre. Ich habe es hinbekommen, das auseinanderzubauen, ohne alles kaputt zu machen. Dann kann ich es nochmal zusammenbauen, wenn ich möchte. Jetzt gucken wir, ob wir es alles auseinanderkriegen. So ein bisschen angelöst habe ich es schon mal. Müssen wir jetzt hier mal am Zahnrad gucken. Können wir da vielleicht hier ein bisschen unten drunter. Ne, gehen wir von da. Ist ein bisschen schwierig hier. So, jetzt. So, das wäre jetzt schon mal die Pumpe. Der Schlauch, der hängt hier drin. Gucken wir mal, ob wir den rauskriegen. Damals den Schlauch, der sieht schon ein bisschen ramponiert aus. Aber ihr seht, das ist hier aus einem vollen Stück Titan gefertigt worden, dieses Zwischenteil hier. Also das ist schon ganz schön Material. Aber ja, dieser Schlauch, der sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Naja. Und hier haben wir jetzt den Pumpenmechanismus. Ja, hier überall die Führung, dass der Schlauch natürlich nicht abhauen kann. Wird der hier mal oben und unten geführt. Und dann kommt hier immer wieder so ein Kugellager vorbei. Wir sehen auch hier, die sind dementsprechend gefedert. Ja, wenn ich jetzt hier mal dagegen drücke. Ja, das sind jetzt jeweils diese Rollen, die dann den Schlauch zwischen diesem Kugellager und der Außenwand hier dann dementsprechend verpressen. Und dann so immer bekannte Voluminas dementsprechend hier durchpumpen. Ja, weil hier gibt es natürlich kein direktes Feedback, wie viel Flüssigkeit hier gepumpt wird. Deswegen kann rein über die Umdrehungszahl sehr genau abgeschätzt werden, wie viel Volumen da dementsprechend durchgeht. Hier unten ist auch nochmal ein kleines Kugellager drin. Ist auch relativ freilaufend hier. Also auch nicht schlecht. Sonst nichts weiter. Spannendes. Schön gefertigt. Was auch interessant ist an dieser Mechanik, dass die ja natürlich auch so Sachen wie MRTs und so weiter aushalten müssen. Auch CT-Scans. Das ist natürlich für die Elektronik eher ein Problem. Aber MRTs wegen den Magnetfeldern. Ich glaube, das hier ist auch MRT safe. Bis einige Teslas. Also da muss man natürlich konstruktionsmäßig auf vieles achten, wo man vielleicht normalerweise nicht so drauf schauen muss. Ach, ihr glaubt es nicht. Der Motor ist auch nochmal hermetisch abgeschlossen. Jetzt geht es aber los. Der ist auch nochmal abgeschirmt. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein Teil davon, um ihn davor zu schützen. Damit habe ich jetzt nicht so ganz gerechnet. Das kommen wir daher immer noch nicht dran. Ja gut, dann schauen wir mal. Hier haben wir jetzt die Motoreinheit. Das ist ja gekapselt bis zum Gehtnichtmehr. Hier den Deckel. Ich habe ihn relativ gut wegbekommen. Und das ist wirklich wieder abgedichtet. Hier ist sogar ein Dichtring drin. Leider habe ich die Windung beim Öffnen beschädigt. Das Motor ist kaputt. Aber ihr seht, das ist geschraubt. Also den könnte man einfach ausbauen, neu wickeln. Dann funktioniert es wieder. Also war die Mühe doch noch nicht ganz umsonst. Und hier seht ihr jetzt den Magnet. Das ist typischerweise zweipolig. Der sitzt hier drin. Das ist wie ein Uhrmotor. Vielleicht bauen wir es gleich noch ein bisschen auseinander. Und hier seht ihr sogar stiftgelagert die Zahnräder. Hier das große Hauptzahnrad hat sogar ein Kugellager. Ich kann das hier mal drehen. Da könnt ihr das sehen. Wie stark diese Übersetzung ist. Die Zahlreihe Eiern ein bisschen. Kann sein, dass ich die natürlich jetzt auch noch ein bisschen strapaziert habe. Natürlich ist hier auch Dreck reingekommen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum das hier nochmal separat abgekapselt ist. Dass natürlich jedes Stückchen Dreck, das in diese Mechanik hier hineinkommt, natürlich riesig Probleme verursachen kann. Also das wird wahrscheinlich der Grund sein, weshalb das hier nochmal separiert abgekapselt wurde. Aber ihr seht schon, wie viele Windungen hier drauf sind. Und das erklärt natürlich die 500 Ohm Innenwiderstand. Natürlich auch wieder alles lasergeschweißt. Aber etwas unerwartet, dass hier Schrauben drin sind. Das hätte ich jetzt eigentlich auch fast erwartet, dass das alles gepunktet wurde. Also nochmal ein bisschen zum Motor. Das kennen vielleicht auch noch nicht alle, wie der funktioniert. Also das ist wirklich ein ganz einfacher LaVe-Schrittmotor. Ja, Schrittmotor in der Weise. Ihr habt ja hier dieses Magnetische Joch. Das heißt, das konzentriert hier das Magnetfeld hier im Zentrum. Und hier in der Mitte habt ihr einen kleinen Permanentmagnet, der jeweils links und rechts polarisiert ist. Das heißt, ihr habt einmal Nord- und einmal Südpol, jede Hälfte. Und je nachdem, was ihr für eine Spannung hier an dem Magnet anlegt, richtet der sich aus. Aber wie soll denn so ein Motor jetzt, sage ich mal, anlaufen? Ja, der hat ja keine bevorzugte Laufrichtung. Ja, wisst ihr, ihr braucht eigentlich immer ein Drehfeld, damit ein Motor überhaupt eigentlich anspringen kann oder irgendwelche andere Methodik, damit ihr eine Laufrichtung bekommt. Und das funktioniert hier nicht durch diese Kerben hier außen. Die sind einfach nur zum Konzentrieren vom Magnetfeld, sondern die sind ganz kleinen Unterbrechungen hier. In der Aufnahme seht ihr das hier nochmal ein bisschen besser. Da seht ihr diese Kerben. Und das sorgt dafür, dass, wenn hier kein Strom durch den Elektromagnet fließt, dass er sich an dieser Achse ausrichtet. Ja, durch diese kleinen Kerbe sorgt es dafür, dass das sozusagen die Ruheposition von dem Permanentmagnet ist. Und durch das Anlegen als Magnetfeld könnt ihr dann dementsprechend die Richtung beeinflussen, in die dieser als nächstes schreitet. Also es ist ganz wichtig, wie diese Geometrie aufgebaut ist. Das heißt, diese ganz kleinen Kerben hier drinnen sind wichtig für den Anlauf und für die Ruheposition. Und der Elektromagnet hier dementsprechend sorgt für den Anstoß. Aber das kann man auch, wenn es einen interessiert, dann noch nachlesen. Hier haben wir jetzt gerade mal die Durchführung. Wir sehen, die ist jetzt wirklich hier fast schon keramisch basiert. Ein bisschen Gold sehen wir hier. Wenn wir uns mal das Blech anschauen, wo das drin war. Da steckt die andere noch drin. Das ist ein bisschen hier vergoldet. Also es ist wirklich komplett hier hermetisch versiegelt gewesen. Auch ganz interessant. An irgendwas erinnert mich das, aber ich komme nicht drauf. Das wäre es mal so weit dazu. Ich hoffe, es war interessant. Ist ja nicht alle Tage, dass man so eine implantierbare Puppe vor sich liegen hat und etwas hineinschauen kann. Ich werde sie auf jeden Fall aufheben. Also da können wir uns sicher in Zukunft auch noch ein paar Sachen genauer anschauen. Aber ich denke, das war es so erstmal dazu. Dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.